Wut? Darf ich weitergehen? Anscheinend. Oh, das ist besser. Hey! Lass mich da oben in Ruhe. Das ist nicht fair. Ich fahre hier auch schwere Geschützer aus. Wow! Ja, kannst du mal sehen. Zielen. Feuer! Warum ist der denn da so creepy? Wir benutzen jetzt mal eins. Ist der da gerade runtergepackt? Hey! Wo? Na gut. Komm! 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 Ach so, der ist drin. Hör mal! Gehst du weg? Poi! Wir laden uns mal wieder auf. Wo ist denn jetzt noch einer? Eine Güte jetzt! Lasst mich doch alle mal in Frieden. Ich versteh schon mal, warum das ein großes Metzel ist hier. Oder ein großes Gefecht. Ist es jetzt vorbei? Ist es jetzt vorbei? Ich bin nicht rausgekommen. Gut. Nein, das ist nicht vorbei. Komm mal! Reicht jetzt mal! Jetzt ist langsam meine ich noch hier, ja? Also, also, ich steh das hier nicht mehr ein. Sowas kann ich nicht tun. Ich hör mir jetzt erst mal meinen Anruf an. Sie haben eine neue Nachricht. Hey Mann! Ich hab gehört, da drüben geht was Eres ab. Alles in Ordnung? Melde dich mal! Es bleibt doch bei Freitagabend, oder? Lauf zurück, Mann! Hoffentlich geht's dir gut! Ende der Nachrichten! Klar bleibt es Freitagabend. Äh, es bleibt bald Freitagabend. Was auch immer. Wir gehen jetzt hier oben weiter. Ich vertrau dieser Ruhe nicht. So, ist gut. Noch ein Medikit? Warum geht meine Pistolen nicht mehr? Die sind leer. Mann, oh! Wieso ist denn jetzt schon wieder ein Checkpoint hier? Das gibt's doch nicht. Das macht viel zu viel Stress. So, hier unten war noch ein Medikit. Ich wollte gerade fragen, hey, wieso steht da jemand? Wieso steht da noch jemand? Was soll das? Jetzt komm, sammeln wir das ein. So, einfach drüber laufen. Ich will kein F drücken. Wer will denn schon F drücken? Also ehrlich? Nein, äh... Achso. Ich lass dir deine Ruhe. Bis Freitagabend. Tschüss! So, wo war denn jetzt hier der Hauskamm? Hier hinten. Gucken wir mal durchs Fenster. Ist hier was? Nur nix zu sehen. Geht's bestimmt gleich. Ich hör das schon. Ich hör das schon. Denn wer hat hier gesprochen? Oh mein Gott, die Musik wird ja immer schlimmer. Ach... Diese Schatten sehen komisch aus. Ich weiß nicht, ob es so einen Schatten geben könnte. Wo sind die denn? Hallo? Wo seid ihr? Ah! Da oben! Jetzt habe ich einen Schatten entdeckt. Da ist der Schatten! Ich finde das aber cool mit den Schatten. Dass man die so erkennen kann. Oder so weiß, wo jemand ist. Das finde ich richtig gut gemacht. Vielleicht sehen die mich ja nicht, wenn ich unten bleibe. Ich wollte nur mal kurz gucken. Okay, spätestens da ist einer. Ah! Ich hab wieder meine Pistole ein. Die Roller hält. Das geht nicht. Oh Mann, du. Ah! So! Ein Mann! Darauf zu lügen! Aua! Hör mal auf damit! Fein! Ihr seid ja fein! Boah, das einzige, was mich wirklich hier stört momentan, ist, dass hier so viel Staub aufgewöbelt wird. Uah! Toll! Toll! Das war jetzt ja richtig dumm. Dummdi-dum-di-dum. Die Granate so unkomplett wie wir abziehen. Äh, wie sieht die denn jetzt hier oben? Ich will nicht hier oben sein. Toll, jetzt wurde ich schon entdeckt. Ah! Jetzt ist alles eh egal. Du hast dich verraten, dein Schatten hat dich verraten. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Nehme dies! Ach! Wer wird denn? Wer braucht denn schon Strategie? Wer braucht denn schon Strategie, wenn man Waffengewalt hat? A-ha! Komm! Was? Sie wurden getötet! Mano, was soll'n das? Blablablablablabla, Mr. Freeman! So, jetzt gehen wir das mal ganz stark taktisch an. So, das war jetzt strategisch. Ich weiß, wo kommst denn du her? Das war unfair! Das war nicht fair! Der eine ist ja von hinten gefahren. Es lohnt sich ja richtig. Das mal anzumachen. So, mal gucken, wie es hier aussieht auf der Seite. Das kommt hier. Und dann geh mal rein. Das war ein Fehler! Aber was soll's. Sag mal! Die von zwei Seiten anschleichen, das find' ich aber nicht nett. Nein, du hast drei Sichtkontakte. So, der kommt hier bestimmt wieder hoch. Nee, der kommt hier nicht hoch. Sag mal! Sag mal! Jetzt hör doch mal auf! Nee, jetzt reicht mir das. Man, wie das immer aussieht, wenn ich wegspringen so... Fua! Was ist denn hier für jemand? Hallo? Achtung! Granate! Das hab ich hier merkt! Wer hat die geworfen? Ich ziehe hier meine Kreise. Wie so ein Raubvogel. Komm schnell hoch da! Wo ist denn der? Hallo? Ich hör doch, dass hier einer noch redet. Wo bist du? Wie so ein Raubvogel. Wie so ein Raubvogel. Ich seh nur keinen. Hallo? Ich würde dich gern vernichten. Waaah! Das kann ich auch. So, das war einer. So, das war einer. Ich war gar nicht mehr über. Tschau mal! Wollt ihr mich hier verarschen? Wir schaffen halt mal! Ohh! Z! WOW! Das war ungefähr. Schon wieder Z. Oh Gott, jetzt habe ich kein Mini-Klick. Manu, jetzt muss ich sterben. Warum? Ich habe das noch gar nicht verdient, oder? Yay! Meins. Ich muss doch nicht sterben. Ich bin glücklich. Hallo? Irgendwer lebt doch hier noch. Irgendwer ist hier noch, ich kann nicht riechen. Oh, da unten ist irgendwas. Was grünes. Wo komme ich noch ran? Wo sind hier die Leiter? Ah, hier ist eine Treppe. Hallihop! Sammeln wir eben mal das noch ein. Warum nehme ich... Warum nehme ich verdammt nochmal nicht mal die Rüstung mit? So, Reflexe dauerhaft erhöht. Oder verstärkt. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Denn das ist schon wieder nur für Personal. Was ist denn hier los? Hier ist ja alles kaputt. Hier ist ja alles kaputt! Wie, was denn das? Sieht nicht gut aus. Dann gehen wir einfach hier an der Seite lang. So, meins. Ein bisschen Rüstung gekommen. So, mach runter hier. Ich habe aber keinen Minipick mehr. Das ist nicht gut. Was soll ich denn jetzt hier unten? Feststellen, dass die Brücke kaputt ist? Aha. Aha. Hm. Aha. Die Brücke ist kaputt. Wie konnte ich das denn übersehen? Das gibt es ja in manchen Spielen, ehrlich. Da muss man erst an einen bestimmten Punkt gehen, obwohl man schon lange gesehen hat, was die eigentlich von einem wollen. Polizei berichten zufolge über die Explosion, die heute Abend ein Lager und das Land zerstörte wahrscheinlich die Folge eines Industrie-Unfalls. Und ich finde das total beruf manchmal. Jetzt nimm die Granate hier weg. Da hört mich ein Radio. Wo ist das Radio? Jetzt nehme ich die Granate nicht mehr. Aua. Ich wollte doch nur eine Granate loswerden. Ich wollte mich doch nicht selber in die Luft sprengen. Och, nö. Wartet. Ich renne da jetzt einfach durch. So, Moment. Ich komm, ich schaff das. Ich renne hier jetzt einfach durch. Ohne gesehen zu werden. Pass mal auf, wie gut das geht. Ok, aber jetzt wird's schwer. So. Danke für eure Aufmerksamkeit. Geht mal weg. Hey. Geht mal weg. Ich schwör. Aua. Voll in die Klöten geschossen. Tut doch weh. Ach komm. Boom. Boom. Ja, 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 komm. Komm, Hasen. Au. Spiel unterbrochen? Oh. Kill die Bitch. Ich überlebe. Nein. Sie wurden getötet. Wieso das denn? Och, nö. Jetzt reicht's aber langsam mal. Das eben gerade war dumm. Ich geb's ja zu. Ach. Warum mach ich sowas auch? Arrivederci. Schönes Leben. Wir hätten schon lange fertig sein können, oder? Hm, ich glaub's auch. Was? Was ist denn hier? Woah. Boah. Was war das denn? Was hab ich denn jetzt gemacht? Letzten Speicherpunkt? Na gut. Da ich keinen Bock hab das zu schneiden, und ich das Edo finde, machen wir das gar nicht. So, den schlagen wir einfach nur nieder, weil wir können so. Bam. Tschüss. Hier, jetzt machen wir das alles besser. Und zwar hier mit. Na, hallo Typ, geh mir mal aus dem Weg. Tschüss. Geh mir aus dem Weg. Niemand will was von dir. So, wartet mal. Hier hat man, glaub ich, noch irgendwas gefunden? Ne, hat man nicht. Hab mich geirrt. Hier hat man auf jeden Fall noch was gefunden. Und hier. Und jetzt geht's hier wieder hoch. Und dann geht's los. Dann geht gleich das große Baller los. Mal wieder. Hm.